Dann, let's do it, beim Spiel. Halt die linke Maustaste gedrückt, um den Stein zu inspizieren. Drücke X zum Ausblenden der Tutorial-Tipps. Mach das, Flaxus. Ebenso. Start. Ja, Zeichen. Steuerung, Hilfe. Umsehen. Ja. Der Ornithomimus ist eine Gattung der Ornithomimidosaurier aus der späten Kreidezeit. Er lebte vor etwa 76,5 bis 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika. Sein Name kommt von den Wörtern Nachahmer des Vogels. Dieser Dinosaurier war ein schneller, zweibeiniger Theropoda. Fossile Beweise deuten darauf hin, dass er mit Federn bedeckt war. Außerdem könnte sein kleiner, zahnloser Schnabel auf eine allesfressende Ernährung hindeuten. Alle Arten des Ornithomimus zeichnen sich durch Füße mit drei Gewichttragenden Zehen, schlanke Arme und ein langer Hals mit Vogelschädel aus. Nichts anfassen, Raupe. Doch, ich will's anfassen. Ja, lass es mich anfassen. Tatsch, 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 tatsch. Geht nicht, ich kann's nicht anfassen. Okay. Mhm. Hier haben wir noch den Allosaurus Fragilis. Aha. Die schöne Musik weg. Der Allosaurus ist eine Gattung fleischfressender Theropodensaurier, die vor etwa 155 bis 145 Millionen Jahren im späten Jura lebte. Der Name Allosaurus bedeutet andere Eidechse, was auf ihre einzigartigen konkaven Wirbel anspielt. Der Allosaurus war ein großes, zweibeiniges Raubtier. Dieser Dinosaurier war ein typischer großer Theropoda, hatte einen massiven Schädel auf einem kurzen Hals, einen langen Schwanz, der leicht nach unten gebogen war, sowie kurze Vorderbeine. Punkt. Paläontologen sind der Meinung, dass der Allosaurus ein aktives Raubtier war, das große Tiere jagte. Vermutlich in Gruppe, ne? Oder allein? Man weiß es nicht. Oh, das hier ist ein Ankylo, ne? Na, fast. Edmontonia longiceps. Habe ich gewusst? Mhm. Der Edmontonia war ein gepanzerter Dinosaurier, Teil der Nodosaurier-Familie aus der späten Kreidezeit, vor etwa 76,5 bis 69 Millionen Jahren. Diese Dinosaurier traten in den Gebieten des heutigen Kanada und der USA auf. Er konnte in Herden große Entfernungen zurücklegen. Der Edmontonia war ein massiver gepanzerter Dinosaurier mit einer gedrungenen Form. Seine Länge betrug bis zu sechs Meter und sein Gewicht bis zu drei Tonnen. Große Stacheln in seiner Rüstung werden als ein Werkzeug der Herrschaft unter anderen Mitgliedern derselben Art angesehen. Die Stacheln konnten auch zur Selbstverteidigung verwendet werden. Hey, Stammzellenforscherin. Hey, Old Cool. Ah, nicht die Mama. Das sieht nicht mehr sehr nach Robin Hood aus. Ist es ja auch gar nicht. Titel ist längst geändert und Spiel. Titel und Spiel ist geändert. Brachiosaurus altithorax. Der Brachiosaurus ist eine Gattung der Sauropodendinosaurier, die im heutigen Nordamerika während des späten Jura vor etwa 154 bis 153 Millionen Jahren lebte. Diese Dinosaurier waren zwischen 18 und 21 Meter lang. Ihr geschätztes Gewicht reicht von 28,3 bis 85 Tonnen. Was sie zu einem der größten und schwersten Dinosaurier macht. Sie hatten einen überproportional langen Hals, einen kleinen Schädel und eine große Gesamtgröße. Alle diese Eigenschaften sind typisch für Sauropoden. Der Brachiosaurus ernährte sich von Laub über dem Boden. In kleinen Herden konnten sie auf der Suche nach Nahrung lange Strecken zurücklegen. Hm, blöde App macht das nicht alleine. Die ist doof, ne? Böse App. Böse, meine App. Ja. Na? Okay. Langsam geht uns der Platz im Museum aus, wenn man bedenkt, dass alles so unschuldig begann. Oh, als ich vier Jahre alt war, zeichnete ich gern Dinosaurier. Oh, ich möchte gern... Darf ich? Oh, ja. Warte. Ja. Oh, warte. Ach, ich muss gedrückt halten. Oh. Oh, warte. Untertitelung des ZDF, 2020 Warte, ich brauche den Radiergummi. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Nein, doch nicht da. Da habe ich keinen Fehler gemacht. Was ist denn mit dir? Da war doch alles gut. Da. Dandy, I drew a Dino. Hi, Schnudelhuber. Hi, Günther. Riesig und schwer, die muss einfach warnen. Dennoch lebt das schwerste jemals bekannte Tier ja immer noch. Der Blauwal. Ja. So. Oder so, Frage im Biostudium. Die lautete, in welcher Zeit leben die Dinosaurier? Ich wusste die einfach gerade Zeit nicht aus einer Vorlesung, sondern weil es mal im lustigen Taschenbuch vorgeheb. Warte, neue Zeichnung. Nächste Zeichnung. Ah. Warte, nee. Äh? Doch nicht. Warte, nu. Kann ich nun drehen? Ich sehe irritierend. Fortsetzen. Oh. War einer der aufregendsten Tage in meinem Leben. Als ich acht war, fand ich mein erstes Fossil. Massage verstecken? Hide Message. Hide Message. Ja, ich möchte bitte meine Massage verstecken. Und zwar sofort. Dr. Bob, danke für den Follow. Gut. Linke Schifftaste, Sprung nach vorne, nach hinten. Das. Abholen, verwenden, inspizieren, Fallen halten, umzuwerfen. Okay. Hö. Hö. Oh. Da. Guck. Ein Knochen. Das sieht aus wie eine Kralle. Ein halbes Jahr später ging das vorbei. Ein halbes Jahr ging vorbei, vermutlich. Im Alter von 14 Jahren baute ich fast ununterbrochen Dinosaurier-Modelle, bemalte diese. Ich wurde immer besser darin. Teil abholen. Teil abholen. Zu dieser gibt es ein Handbuch. Es ist ganz einfach. Okay, es ging verloren. Nicht vorbei. Es ging verloren. Teil abholen. Spielzeug kochen zur Teil. Vertikal drehen. Element ablegen. Ach, hier vorne, die, ne? Sieht aus wie ein Bein. Das ist ein Bein. Guck mal, da ist noch ein Bein. So. Ah, ah, okay, besser. Klack. Ist das hier oben? Klack. 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 Und natürlich der Kopf. Easy. Diese hier ist schwieriger. Es gibt kein Handbuch. Aber ich habe wenigstens die Skizze. Dahin. Das ist irgendein Bein. Und zwar, glaube ich, hinten. Die Seite. Ja. Das ist vermutlich vorne, das Teil. Das könnte... ...da sein. Jetzt haben wir das da. Da hinten den. Hier irgendeine der Platten. Da ist noch einer. So, hier irgendein Bein. Das. Und der Kopf. Läuft. Jetzt wird es Zeit für den wahren Spaß. Keine Handbücher. Keine Skizzen. Nur pures Wissen. Und Geschick. Kopf. Hm. Weiß ich noch nicht, was das ist. Hier ist... Das ist... ...vorne. Also irgendwo da. Da drüben. Da hinten. Da. Da. Warte. Wie kann ich das drehen? So. Guck mal. Hier haben wir die andere Seite. Wo unten haben wir... ...Füße. Aber ich weiß nicht so recht... Ach, da soll ich hin. Okay. Das sieht also wie ein Bein. Das ist noch ein Bein. Das ist der Schwanz. Na. Geh da hin. Das könnte... ...gut zur Hölle. ...hier hin. Dann gehört das hier an die andere Seite. Das da hin. Das hier. Und natürlich das hier hinten. Ha. Geil. Vielleicht könnte ich mehr Übungen gebrauchen. ...und wieder eine davon bauen. Oh. Ich habe sogar einmal die lokale Talentshow mit meinem Triceratops gewonnen. Oh. Ein paar Jahre später erwies sich das Geld, das ich als Belohnung in diesem Wettbewerb erhalten hatte, als eine unschätzbare Hilfe. Hi, Adi Golf. Errungenschaft. Nice. Das Abenteuer seines Lebens erleben, wenn man 20 Jahre alt ist? Nun, ich denke, das ist möglich. Ich war genau 20 Jahre alt, als ich einen Artikel über eine paläontologische Gruppe in einer Zeitung las. Es stellte sich heraus, dass sie Freiwillige brauchten, die bereit waren, im Norden des Landes zu arbeiten. Es war weit weg, aber eine solche Chance durfte ich mir nicht entgehen lassen. Ich nahm das Risiko in Kauf und meldete mich für den Job. Und es hat sich ausgezahlt. Ausgrabung, Grundlagen. Die Hinweise zum Spiel werden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Mit der Taste X kannst du sie verbergen. Du kannst sie auch auf dem Tablet lesen. Links oben befinden sich die Hinweise für die Abkürzung F1. Interaktive Objekte zeigen zusätzliche Eingabeaufforderungen am unteren Rand des Bildschirms an. Die Symbole auf dem Kompass verstecken sich mit zunehmender Entfernung. Hebe auf der Tabletkarte, zu denen du gelangen möchtest, hervor. Verwende den Posteingang deines Tablets, um wichtige Erinnerrichten zu lesen. Erkunde die Karte mit einem Auto mit dem entsprechenden Zubehör und sei bereit, deine Ausgrabungsstätte einzurichten, wenn du einen geeigneten Ort findest. Ausgrabung, Grundlagen. Kein Dynamit. Ist gar eh so. Wie wie. Die Bauteile vom Modellbausatz Truthahn. War, glaube ich, kein Truthahn. Ein Ort, wo man studieren konnte und das war in Wien. Da wurde wie meine Dinosaurierfaszination zwar erhalten, aber der Berufswunsch hat sich dann geändert. Wie? Kein TNT. Was ist da los? Jetzt ist wieder diese epische Musik da, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen zu hell, oder? Schein. Wenn wir den runter machen, wird das dann besser? Die Helligkeit ist ja schon ganz unten. Hey, Fahrradkonferenz. Ist auch voll spannend, im Dreck zu buddeln, alte Dinge auszugraben. Ja. Zeitlang wollte ich als Kind tatsächlich Archäologe werden. Oh, halt als Kind, ne? Drücke E. Folge den Wegweisern und dem Zeiger auf dem Kompass, um zur Ausgrabungsstelle zu gelangen. Alles klar. Boah! Nein, ein Baum blockiert den Weg. Und nun? Ah. Ausgrabung, Hindernisse. Liegende Baumstämme kannst du mit der Kettensäge entfernen. Verwende einen Hammer, um Steine zu zertrümmern. In schwierigen und schlammigen Gelände Vierradantrieb verwenden. Verwende R, um die Fahrzeugposition zurückzusetzen. Okay. Mal aussteigen hier. Wo ist die Kettensäge? Mach mal auf hier. Wo sind die Kettensäge? Habe ich die... Habe ich die mit mir rum, oder was? Zwei. Die schleppe ich tatsächlich mit mir rum. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und jetzt ist es jetzt zu trümmern? Nein. Ende. Ah. Aus dem Weg. So. Ja. Zack. Das trage ich easy. Hier, gar kein Problem. Weg. Und den trage ich da auch so. Nee, vielleicht auch nicht. Na? Oh. Der war schon ein Stück. Ach. Interessant. Das ist so ein ganz kleines Stück, verschwindet dann einfach. Okay. Wer da jetzt drüber gefahren? Muss das Boot abkönnen? Das Boot? Wieso das Boot? Was ist denn für ein Boot? Weg ist frei. Autoboot. Autoboot. Achso. Kann man die Kamera wechseln? Fahrzeug. Äh. Was? Resetieren? Kamera. Scroll. Ah. Vor dir stammt. Drücke B zum Sperren des Differenzials und N zum Einschalten, um da durchzufahren. B. N. Häh. Häh. Kann die Kamera gerade nicht verändern? Es tut mir leid. Easy. Gar kein Problem. Äh. Okay. Machen wir wieder aus, ja? Brauchen wir ja nicht mehr, glaube ich. Steine im Weg. Nein. Oh. Halt. Stehen bleiben. Die müssen verschieben, der Maus. Ich. Weiß nicht. Es ginge aber nicht. Da. Ja. Und drauf da. Wow. 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 Ich seh schon, wie der Stein gleich das... Ja. Das ist, äh... Ja. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. Man muss nur den richtigen Punkt finden. Ja, dann zerbricht der von ganz allein. Ja. Gar kein Problem. Ja. Danke. Danke für die Befassung. So macht man das. Du musst bloß den richtigen... Siehst du, da war der richtige Punkt. So. Hier. Nee, da auch nicht. Dort nicht. Aber da. Ja. Siehst du, das sah gut aus. Jetzt gucken wir mal. Vermutlich dann hier so, ne? Genau. So. Hier. Mhm. Okay. Schön. So. Und hier den noch. Fantastisch. Na. Komm mal weiter. Die Kamera nicht... Also das ist irgendwie die... Ach, weil die umgedreht ist. Äh, hallo? Jetzt. Also die Maus ist invertet beim Fahren. Das ist ein bisschen tricky. Okay. Aber das habe ich jetzt verstanden. Wahnsinn. Die Musik einfach auch. Das ist so episch. Was? Du befindest dich in der Nähe der Ausgaben. Parket das Auto und vorgesehen in der Stelle. Stelle das Zelt auf. Alles klar. Zum Sichern des Bereichs. Haltespace zur Sicherung des Bereiches. Sichere den Bereich. Hier, guck. Oh, wie sich der Bereich sichert. Geil. Verwende das Georadar im Ausgrabungsbereich, um Steine im Hintergrund zu finden. Im Untergrund. Platziere Fahnen, um deren Position zu markieren. Beseitige Erde und Sand mit einer Schaufel. Achte auf den Cursor, der anzeigt, wo du das Werkzeug verwenden kannst. Verwende die Spitzsack, um den felsigen Boden zu durchsuchen. Achte auf den Cursor, der anzeigt, wo du das Werkzeug verwenden kannst. Eine visuelle Begutachtung. In der Phase wird dir helfen, Steine aus der entsprechenden Zeit zu identifizieren. Achte auf die Hinweise. Oh. Okay. Triggert mich schon ein wenig. Na, ich bin nicht die ganze Zeit ohne Gefahren. Im Schlamm bin ich mit Gefahren. Ja. Danke, danke für die Verlust. Ja. Okay. Du hast eine Nachricht. Überprüfe sie auf deinem Tablet. Wo ist denn mein Tablet? Tab. Ah. Ausgrabung. Wir haben Informationen erhalten. Der Bereich bereits... Dass der Bereich bereits gesichert ist. Meine Güte. Sie können die Suche sofort beginnen. Sie sind gut für den Job vorbereitet. Ihr Gerät beinhaltet ein GPA, mit dem Sie die Boden mit einer Schaufel, einer Spitzhacke und einem Gips scannen können, um Ihre Ergebnisse zu sichern. Starten Sie Ihre Arbeit mit einem ersten GPA-Scan. Wenn Sie etwas finden, graben Sie es aus, befestigen Sie es mit Gips. In zukünftigen Nachrichten erhalten Sie weitere Anweisungen zu fossilen Transportmitteln. Willkommen im Bergbaugebiet. Bei ein paar Wochen stießen Bergleute auf etwas, das wie Dinosaurier-Überreste aussah. Wir haben die Mine geschlossen, bis die Sache geklärt ist. Da sich weder die Arbeiter noch der Verwaltungsrat über die Abregelung freuen, müssen wir schnell handeln. Die Gruppe, die ursprünglich dem Fall zugeteilt wurde, berichtete, dass die Überreste höchstwahrscheinlich Knochen des Ornitomimus sind. Ach, der kleine Federdingsvogel. Dino. Sie mussten gehen, aber nach ihren Berichten kann es viele unentdeckte Fossilien in diesem Bereich. Genau. Deine Arbeit ist relativ einfach. Geh zudem auf deiner Karte markierten Bereich und untersuche jeden Stein. Der Bereich ist auch auf deinem Radar markiert, sodass du keine Probleme haben solltest, etwas zu finden. Der in der Nähe geparkte Geländewagen ist betankt und breit. Wir hoffen, dass deine Arbeit fruchtbar sein wird. Mit deiner Hilfe sollten wir in der Lage sein, endlich das komplette Skelett für unser neues Museum fertigzustellen. Die fehlenden Knochen, die wir suchen, sind ein Hüftknochen, ein rechter Armknochen, ein Wirbel. Denn, 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 denn. Okay. Rücken zum Aufheben. Alles klar. Aber was soll ich damit? Gut, also. Hier. Scannen. Da. Unten vermutlich soll ich scannen. Finde einen gut für die Ausgrabung, scanne ihn mit dem Geohrador. Hier ist doch super. Wie ist denn hier? Verwende, um den Bereich zu scannen. Wie geht das? Mit links? Ne, jetzt habe ich hier ein Fähnchen gesteckt. Nein, mach das scheiß Fähnchen weg. Um aufheben. Wie scanne ich denn? Du scannst automatisch. Ach, so. Ja. Ich kann ja. Okay, bitte. Okay, das ist ein Fähnchen. Good. Ja. Okay, das ist es. Okay, das ist ein Fähnchen. Okay, das ist's. Okay. Ich habe alles. Fähnchen! Ein Fähnchen platziert. Fähnchen! Warte! Finden wir gleich noch was? Wir brauchen doch drei, dachte ich. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ja? Nein? Vielleicht? Vielleicht doch? Vielleicht nicht? Hm. Mehr finde ich hier jetzt erstmal nicht. Oh doch, hier. Ha! Gut! Boah! Drücke, um Flacke zu wenden, habe ich gemacht. Okay. Okay. So. Jetzt schaufeln, ne? Können wir mal den hier... Kann der mal weg? Hau ab! Schwinde! Dieser Stein stammt aus einer anderen Zeit. Der hier? Aha. Guck. Ja, sehe ich. Auf Anhieb. Was fallen jetzt? Weg damit! Schrott! Öl! Weg! Weg! Buddeln! Boah, da ist er! Oh, Vorsicht! Muss mal, jetzt müssen wir aufpassen hier! Wir dürfen sie ja nicht kaputt machen. Ganz vorsichtig. Schön vorsichtig. Bloß nicht kaputt machen. Warte. Gehen wir ein bisschen weg. Und hier. Gott. Gott. Dieser Felsen ist gefährlich, oder? Ich muss weg. Ich kann nicht schleudern. Ja. Und weg. Das ist gar kein Problem für mich. So. Wenn ich jetzt hier nicht mehr buddeln, muss ich jetzt hier schwereres Geschütz. Aha. Ja. Ja. Aha. Und. Oh Gott. Gott. Ich hänge fest. Da können wir den jetzt schon nehmen? Nein, das war falsch. Können wir nicht. Warum nicht? Schwach, oder was? Mal hier rundherum noch ein bisschen buddeln. Und dieser Stein muss weg. da. Hm. Hm. Mal hier ein bisschen Freiräumen. Kommst ja hier irgendwo hin. da. Ja. Und jetzt. Zack. 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 Der Gerätezähler zeigt, in welchem Stein sich die Fossilien befinden. Geigerzähler. Gerätezähler. Verwende die Kelle, um Schlamm aus dem Stein zu entfernen. Mache eine visuelle Begutachtung des Steins, während du ihn in deinen Händen hältst, um herauszufinden, welche Knochen du entdeckt hast und zu welcher Art sie gehören. Oh. Okay. Also. Wollt er jetzt irgendwas machen? Ah. Nee. In diesem Stein offensichtlich. Verwende Gips zur Sicherung empfindlicher Fossilien. Lege den eingegipsten Stein in die Transportkiste. Lege die Kiste mit Fossilien ins Auto. Bringe sie zum Hub. Lege die Kisten im Hub in die Transportschlitze. Und transportiere sie mithilfe des Tablets ins Museum. Das Tablet alles kann. Okay. Also der Stein ist wichtig. Die anderen Steine sind ein Crab. Ja. Jetzt brauche ich die Kelle. Brauchen wir doch die Kelle, ne? Nee. Neun. Was macht denn neun? Gips. Ja, war das doch Quatsch. Ich muss da erstmal... Ich muss da erstmal kellen. Eigentlich dieser Geigerzähler. Ist das einer, der vom Orchesterzähler auch alle da sind? Klar. Natürlich. Warte. Aber eigentlich erst die Kelle. Wieso kann ich nicht kellen? Drücke zum Aufheben. Das hier ist doch aber der falsche, oder? Ich dachte, das war der falsche Stein. Warte, wir gucken nochmal. Der ist rot. Rot heißt doch uninteressant, oder? Ich komme an den noch nicht ran. Die sind noch fest, ne? Glaube ich. Jetzt sind sie locker. Huch. Du. Komm mit. Warte. Entferne zuerst den Dreck vom Stein. Gleich. Jetzt fahr doch mal ab, Mann. Uff. Erstmal hingeschmissen. Schön vorsichtig. Gut. Okay. Mhm. Sag mal her hier. Das Teil. Oh. Da. Das ist sehr auffällig. Führe. Der. Der. Welche Knochen. Was soll ich dir jetzt machen? Okay. Ja. Da. Äh. Weiß ich auch nicht jetzt. Jetzt müssen wir das eingipsen, oder was? Ich darf das gar nicht rausfummeln. Ich darf das hier nur eingipsen. Überprüfe sie auf dem Tab. Fossilentransport. Wir haben Informationen erhalten, dass der Bereich bereits gesichert ist. Und du sofort mit der Suche beginnen kannst. Habe ich da schon gemacht. Du bist gut auf den Job vorbereitet. Zu deiner Ausrüstung gehören. Georadar. Blah. Fossilentransport. Du erhältst weitere Anweisungen in den nächsten Nachrichten. Aha. So. Gut. Jetzt nehme ich den. Und packe den hier irgendwo in so eine Kiste, ne? Hey, Batman. Zack. Jetzt nehme ich die Kiste. Interessant. Ich packe die mal da oben drauf, weil ich gerade den Kofferraum nicht aufhatte. Nee, das will ich gar nicht. Ich nehme mal den Kofferraum auf. So. Sehr gut. Und jetzt buddeln wir den Rest auch aus, ne? Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben hier ja noch zwei Teile. Die wollen ja dann schließlich weiterarbeiten hier. Nicht gehört. Warte, wir räumen diesmal zuerst die Steine weg. Die Elenden. Hau ab! Geh weg! Mit Hilfe der blauen Zielmarkierung untersuchst, dann steht auf der Kiste sogar welche Art. Was? Wenn du den Stein mit Hilfe der blauen Zielmarkierung... Welche blauen Zielmarkierung denn? Also was muss ich denn dann drücken? Weil wenn ich den inspiziere, den Stein drücke ich ja hier links, ne? Was muss ich denn dann drücken? Oh, Abstein. Stein der Hunter, das ist ein dickes blaues Ziel. Ja, ja, das habe ich gesehen. Aber was muss ich da drücken? Ihr habt das schon verstanden. Ich habe die Markierung auch gesehen. War doch nicht blau. Ja, es war weiß. Was auch immer. Ich kann den... Aber mit was, Corbett? Du klickst schon links in dem Moment. Und mit Rechtsklick würde ich den Stein wegschmeißen. Ihr seid gemein. Ihr ärgert mich. Verarscht mich nicht. Ich werde verarscht. Ist nicht okay. Auf dass euch nachher beim Händewaschen die Ärmel ins Wasser rutschen. Kleinen Punkt in der Mitte. Der wechselt aktuell zwischen... Das weiß ich. Aber womit drücke ich denn dann, Uriel? Oder muss ich da dann keine Taste mehr drücken? Ja. Das war das hier. Boah, das nimmst du zurück. Da. Weil ich weiß, keine Taste drin, sondern einfach nur in die Mitte bewegen. Ah, okay. Nein. Ja. Du. Komm mit. Leg dich da hin. Jetzt mach ich dich sauber. So. Jetzt probieren wir das nochmal. Das ist der bescheuerte. So ein bescheuerter Kack. Warte. So. Hier. Jetzt haben wir es. Alles klar. Was ist es? Sichere den Fund mit Gips. Wird gemacht. Okay. Hey, Gordon Paul. Das erste Tutorial braucht man Überarbeitung. Ja, das war jetzt nicht ganz so klar, ehrlich gesagt. Hammer Minigame. Zehn von zehn. So, rein damit. Steht hier auch was drauf. Ah, das ist die Wirbelsäule. Ah, das ist die Wirbelsäule. Alles klar. Können wir das andere nochmal rauspacken? Ich würde das gerne nochmal rauspacken wollen. Schick mal rein da. Das ist nochmal... Komm nochmal her, hier. Unbekannter Knochen. Nee, das geht so nicht. Scheiße, das ist eingegibst. Kann ich das wieder rausfriemeln? Ich kann das jetzt nicht mehr rausfriemeln, ne? Geh mal auf. Bis. Na gut. Dann nicht. Warte. Wieder da. Will auch Raupe verarschen jetzt. Nein. Hör mal auf. Arme ist ich. Habe gar nichts getan. Oh. Damit. Hau ab. Hi, Jakira. Ja, Jakira. Wunderschönen guten Tag. Und, Kobritz, danke fürs Zwangsverflauschen von Jakira. Jakira ist damit im 27. Monat im Kokon. Ähm. Ja, kommt. Baumeister Manni vorbei. Und nimmt Maße für ein Fenster. Nee, von Yarin. So rum. Yippie. Und jetzt erst der Akira. Oh. Das war für Yarin. Danke, Kobritz. Ähm. Und Jakira ist im fünften Monat. Und darf sich einen wichtigen, privaten Gegenstand mit in die Gummizelle nehmen. Danke, Kobritz. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Du Oller-Übertreiber. Gelände. Weiß es nicht mehr als September, ne? Ist vorbei. So. Ist das schon der richtige Stein? Mal gleich mal überprüfen. Wenn nicht, kommt er weg. Direkt weg. Mit dem Müll. Weg. Weg. So. Ich hatte auch den Dach da, aber das ist ein Bug. Das ist der eigene Punkt, den man in der Mitte des Bildes hat. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Da muss man schon erstmal drauf kommen dann. Ja. So. Welcher von euch beiden Hübschen ist es denn jetzt? Du bist es nicht? Du bist es. Keiner. So. Searching like a boss. So gehört sich das. Indiana. Draupe und die Knochen des Todes. So. 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 Legen wir jetzt hier hin. Darf ich das nicht hier hinlegen? Ich würde das gern auf den Tisch schmeißen. Danke. Sehr gut. Jetzt Dreck weg. Den Dreck weg. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. So. Zeige ich euch mal hier. Genau dort. Und dann erkenne ich natürlich hier an dieser Stelle und sowieso auch an der und an der und an der. Ja, das ist ja ganz klar, äh, ein Stein. So. Jetzt gibst du mir den ganzen Pfeffer ein hier. Gut. Und packen das in die Kiste. Und es ist Gliedmaßen. Horn rechts. So. Ein Stein, der keinen Namen trägt. So, kann ich eigentlich hier, das hier, äh, hier. Geil. So, dass eingegipst wird, das ist ein Stein. Ja, aber da liegt ja schon ein bisschen was offen, Onkel. Das könnte kaputt gehen. Nee, nee, das muss eingegipst werden. Das ist schon richtig so. Ja. So. Kurz aufgetankt hier. Was wir da haben, mehr haben wir nicht. Haben wir hier noch was? Ist hier was drin? Hier ist was drin, ne? Der hier ist jetzt leer. Den könnte man eigentlich direkt mal wegschmeißen. So. Das ist da. Hau ab. Pack mal den hier hinten drauf. Geil. Geil. Haben wir ja alles. Ja, ne? Jetzt können wir zurückfahren, glaube ich. Ich denke. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Was ist denn mit diesem Auto? Was ist jetzt das Differenzial? Sperre ist da nicht an. Handbremse? Nee. Reifen. Habe ich, ja. Jetzt geht's. Also aus irgendeinem Grund kam man da. Ach, ich durfte da vielleicht nicht weiterfahren einfach. Kann das sein? Hier, Heiner. Moin moin. So. So. Ja. Ja. Homeoffice. Nee, mein Office. Wo soll ich da hin? Wo soll ich denn jetzt hin? Eine Karte. Äh. Wollt ihr mal, wo ich hin soll? Karte? Karte? Irgendeine Karte? Hm. Ach du Scheiße. Sind das jetzt schon wieder? Ich fahre in die andere Richtung. Welche andere Richtung? Soll ich jetzt wieder da runterfahren oder was? Ich bekomme vor allem nie an, ne? Der Schritt reicht nicht. Nein, jetzt geradeaus. Was? Oh, was? Warte. Ja, äh. Geradeaus. Es ist so episch einfach. Höh. Da lang. Ah, warte. Ich muss... Ah. Hier wieder die... Ist das... Ne, das ist gar nicht die Schlammstrecke. Warum hat das Auto da jetzt so rumgemehrt? Was hält das denn? Jetzt, jetzt brauche ich hier aber. Warte. Oh. Oh. Meine Fress. Wir schieben uns durch den Schlamm. Wir kommen hier durch. Alles gut, alles gut, alles gut. Gleich. Warte. 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 Gut. Da. Hier soll ich hin. Aha. Ah. Alles klar. Ist das Dirt 6? Guck mal her, hier. Ja. Warte, darf ich mal hier durch? Zack. Guck mal auf hier. Schwupp. Und natürlich hier den letzten noch. Schwupp. Öffne das Tepplein im Bereich zu verlassen, um die Funde zu einem Museum zu transportieren oder setze die Ausgrabung fort. Ne, wieso? Ich hab hier alles. Habe ja alles. Reise. Reise. Back zu Sahab. Die Kissen ins Museum schicken. Ja. Willst du zum Museum fahren? Ja. Geil. Autopart ist echt mieser. Wenn sie es hier ver- vereinfachen können, Inspiration aus Think-Mishing-Simulator holen können. Hm. Mit dem Auto gründliche Arbeit und das Teil braucht mehr Kraft unter der Haube. Bisschen, ja. Ich brauchte nicht lange, um ins Museum zu kommen. In meinen Gedanken war ich schon bei der nächsten Aufgabe, Dinosaurierknochen zu sammeln und zu präparieren. Als ich im Labor des Museums ankam, war es an der Zeit, das zu reinigen, was ich gefunden hatte. Es war eine faszinierende Erfahrung. Sie erforderte viel Zeit und Aufmerksamkeit, aber das Ergebnis war immer die Mühe wert. Bring die Kisten mit den Fossilien zur Reinigungsstation. Entferne den Gips und die Fossilien mit den verfügbaren Werkzeugen aus dem Stein. Nachdem du das Fossil extrahiert hast, triffst du die Entscheidung, wer diesen Knochensatz reinigen soll. Du oder ein Museumsmitarbeiter? Ja, ich. Wer denn sonst? Ich. Soll nicht jemand anders? Oh, Brille auf hier. Ah, herrlich. Moin. So, lass mal die Birbelsäule. Hier, zack. Nein. Ah, ja, schon gesehen habe und es hat sich anscheinend leider nicht verändert. Ja. Ja, es ist ja eine Demo. Immer noch. Wir treten der Station. Oh Gott. Oh Gott. Selbstlos vorsichtig. Meine Güte. Gleiches ist kaputt. Oh. Himmels Willen, du. Das bringt dir nichts, wenn du nichts auf den Boden bringst. Ja. So, jetzt. Jetzt fehlt auch irgendwie Tutorial, ne? Also, es gibt mir zwar die Werkzeuge, aber... Ich fand's schöner, wo ich die Werkzeuge einfach selber nehmen durfte. So. Zack. Noch was? Da hinten. Block. Und da natürlich. Block. Baum zur Bearbeitung. Manuelle Reinigung. Manuell bin ich, ne? Hier. So. Wir treten der Station. Ach du. Ach du. Bist du denn das? Vorsichtig. Du musst ja aber... Das hat jetzt echt zahnarzt, das Feeling, ne? Hier. Boah. Schön vorsichtig. Hier noch. Da noch. Da. Dort. Hier. Dort. Da. Da. Dort. Da. So. Warte. Hier unten das. So. Gott. Da ist ja noch was dran. Er hat möglich, den Knochen zu beschädigen. Ich glaube nicht. Ich denke nicht, oder? Das war ich nicht. Wie ist der mal? Aber dann ist er kaputt. Willst du denn nicht kaputt machen? Jetzt hast du zwei Knochen. Ja. Das finde ich jetzt... Oh. Ich finde es auch schön, dass er die so in die Mitte legt. Statt zur Seite. Ja. Wieso? Wieso? Bei R passiert übrigens auch nichts, ne? Ungereinigte Stellen hervorheben. Wenn ich R drücke gerade, passiert halt einfach gar nichts. Das geht. Kamera rein, rauszoomen. Das geht. So geht's übrigens auch. So, das hier ist jetzt vermutlich für unreinigte Stellen, ne? Immer von aus. Aha. Hä? Hä? Aha, 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 aha. Meditativ. Ja, das ist jetzt hier meditatives Knochenputzen. So. So. Den da. Okay. Okay. Oh, das waren die. Das war der. Der. Und jetzt noch der hier. Der ist auffällig. Huch, was passiert jetzt? Aufweichung der Grundmasse passiert jetzt. Ab 30 sollte man regelmäßig die Knochen putzen. Ja, 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 jetzt sprühen wir hier ein bisschen wie die 40 drauf, damit das nicht mehr so aussieht, wie es aussieht. Da. Hier. Schön. Das war das. Hier. Ordentlich drauf, damit... Spann. Spann. Spann, 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 spann. Spann, 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 spann. Spann, spann, spann. Ja, hier noch ein bisschen. Gut. Da noch. Schwupp. Hier. Oh Gott. Nächstes ekliges Geräusch. Beseitigung der Gesteinsmasse. Das war die Karte. Ja, erstmal den hier jetzt noch. Der ist fertig. Ich finde es ein bisschen blöd, dass der einen alle in die Mitte knallt. Kann ich nicht? Also ich meine, klar, das wären zusätzliche Arbeitsschritte, zusätzliche Klicks, die der Spieler machen müsste. Aber ich fände es viel schöner, wenn ich mir so ein Knochenteil nehmen könnte, dann das nächste Knochenteil, als das so alles hier auf einer Stelle zu haben. Das ist irgendwie ein bisschen ungeil. Oder? Find nur ich das irgendwie ungeil. Was ist das jetzt? Reinigung des Sedimentgesteins. Stimmt mir zu, stimmt mir zu. Spiel scheint sich gar nicht mit repetitiven Elementen abzugeben. Man muss das ja auch nicht machen. Man kann das ja jemand anders machen lassen. Man muss das nicht selber machen. Tatsächlich. Was doch eigentlich ganz nett ist, oder? Du bist bei dieser Art von Spiel zu anspruchsvoll? Wieso anspruchsvoll? Das war doch jetzt das Erste, was ich gesagt habe, was ich irgendwie schön finden würde. Dass ich mir einfach den Knochen nehmen wollen würde. Sonst finde ich das doch bisher ziemlich nice. Kann im Dreck buddeln, kann Jeep fahren, kann Steine schmeißen. Knochen sauber machen. Äußerst befriedigend. Und da. Schwupp. Gut. Was ein Knochenjob. Genau. Da. Achso, hier der Hühnerknochen in der Mitte noch. Ne? Schwupp. Waschen. So geht waschen. Also wenn ihr mal dreckig seid, einfach nehmt ihr euch so eine Sprühflasche. Sprüht da ein paar Mal auf euch drauf. Und schon seid ihr sauer. Wann wird das Spiel released? Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat auch noch ein TBA, oder? Warte mal. Mal nachgucken. Ob da schon was steht. Äh. Ja, du kannst jetzt den Prolog spielen. Ansonsten steht da 2021. Also. Oh, was jetzt? Mit der Reinigung fertig bist. Füge einzelne Knochen in größere Skelettfragmente zusammen. Kombiniere die Teile, um das Dinosaurier-Skelett zu vervollständigen. Nimm die Kiste mit dem kompletten Skelett mit dem Gabelstapler und bring sie in den hervorgehobenen Bereich in der Ausstellungshalle. Sobald du die Kiste an der richtigen Stelle platziert hast, wechseln mit Hilfe des Computers in den Ausstellungsbearbeitungsmodus. Wo? Okay. Das. Äh. Kommt da hin. Kann mir auch das jetzt gerade nicht drehen. Nur so, ne? Ich kann das nicht für mir drehen. Wäre auch komisch. Warum ist das so? So sieht man es doch ganz schlecht. Na klar, ich muss da hier bloß ein bisschen hinklickern. Und das da vorne dran. Woher willst du das Skelett schicken? Greife. Ja, damit. So. Da rein. Zack. Ah? Ah? Auch das Wasser weglassen? Waschen mit Pressluft? Ah, so wasche ich mich schon seit 34 Jahren. Nun. So. Interessant. So, oder? So. Jetzt machen wir hier ein bisschen Gips ab. Gips ab. Der Gips muss ab. Der Gips muss ab. So. So. Da machen wir mal ein paar Teile draus. Siehst du? Das Spieltement. Hey, wieso? Das haben wir doch vorhin schon gemacht. Bei dem einen Stein. Wechsel. Warst du doch nicht da, oder was? Warte. Wo ist denn hier noch was? Da hinten. Da ist noch was? So. Jetzt bitte Raum zur Bearbeitung der Fossilien. So. Jetzt ist es nämlich weg. Und dann macht das jemand anders für uns sauber, hoffe ich. Jetzt klumpen wir das andere nochmal auseinander hier. Hier, warte. Ich warte mal, weil... Ach, hier. Guck mal. Fortschritt in der Bearbeitung der Fossilien im Aufbereitungsraum 2. Gucke, hier kannst du zugucken. Da arbeitet gerade jemand. Stehen lassen, hoffe ich. Das macht wer anders. Nein, aber da arbeitet jemand. Hier, guck. Ist schon bei, äh... 37%. Ist doch geil. Zugucken, wie man anderes arbeitet. Läuft. Und währenddessen bereiten wir hier das nächste Teil vor. So läuft's doch. So. Das ist mal eine Arbeitsüberwachung. Jedes kleine Prozent wird dokumentiert und ist sichtbar. Ah. Damit da auch keiner pennt. Wäre aber noch schöner. Sag mal. Gut. 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 Mist. Wieso? Was ist denn mit dem jetzt, äh... Ist der jetzt mal fertig? Passt. Jetzt. Ah, okay. Warte. Während ich... Warte. Während ich da zusammensetze, macht der den nächsten. Da, komm. Arbeite. Gut. Ist klar. Jetzt. Hier. Äh. Ah, ich muss ja jetzt nur noch zusammensetzen. Ist ja nice. Okay. Ist da oben hin. Da. Dort. Das. Wie nett es halt auch schon da liegt. Alles einfach. So. Hier. Ist klar für mich denn jetzt schon mal. Ja. Die, die vom Ruhm dann auch nichts abkriegen, weißt du? Die, die sie nicht zusammengesetzt haben. Viel schlimmer wäre halt, wenn du das hier in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen müsstest, weißt du? Das wäre schlimm. Rum. Hat jemand rum? EF der guten Tag. Hm. Rum. So. Greife. Gib hier. Da hin. Zack. Geil. Immer noch nicht fertig hier. Ich fühle mir ein bisschen, ein bisschen die Puzzlearbeit. Ja. So. Lass mich raten. Das kommt da hin. Warte. Jetzt habe ich gescrollt in dem Moment, als ich es hin tun wollte. Das kommt höchstwahrscheinlich da hin. Jetzt kann ich das wieder nur so seitwärts drehen. Das verstehe ich heute auch nicht. Wieso? Wieso kann ich das jetzt nur so komisch seitwärts drehen? Hinten, da, das, dort, das, da, hier, da, dieser, jener und welcher. Wer damit? Und Rainer. Ah. Museum, in dem ich mein Praktikum absolvierte, sollte renoviert werden. Ich hätte Angst, dass meine Kurse deswegen gekürzt würden. Ich hätte mich nicht mehr irren können. Es stellte sich heraus, dass die Ausstellungshalle renoviert werden sollte und ich gebeten wurde, an der Renovierung teilzunehmen. Aber das ist nicht alles. Wir bekamen auch ein zweites komplettes Skelett von einem Ornitomimus. Zwei Dinosaurier für eine Ausstellung. Man kann sagen, dass all die Bilder von Dinosauriern, die ich als Kind studiert hatte, in meinem Kopf lebendig wurden. Ich beschloss einfach, meiner Fantasie nachzugeben. So. War doch die Jura-WC-Ente, oder? Nimm die Kiste. Darf ich jetzt das Ding hier erfahren? Geil. Oh ja. Yay. Ich hänge fest. Warte. 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 Wieso können die Teile immer voll gut nach hinten fahren, aber nie nach vorne? Why? Fahrzeug resetieren. Wo muss ich denn damit eigentlich hin? Jetzt guck doch mal, wie scheiße das nach vorn fährt. Das gibt's doch nicht. Es ist furchtbar. Es ist einfach schlimm. Wer hat denn das? Das ist ganz furchtbar. klar. 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 Wo muss die Kiste jetzt hin eigentlich? Ich hoffe, hier raus, oder? Nicht da lang. Lang ganz bestimmt nicht. Wo müssen wir damit hin? Links durch die Tür. Ernsthaft? Das ist ja nicht deren Ernst. Oder ist das ja nicht links da durch die Tür fahren? Jetzt bewege ich mich wieder kaum. Oh, ist das belastend. Wie hat denn das entwickelt? Boah. Warte, warte, warte. Kurve. Warte. Warte, hier. God damn it. Jetzt geradeaus oder linksrum? Was? Wie? Why? Wie gehen? Die sollen hier hin, ne? Kann ich das jetzt nicht einfach tragen? Die paar Zentimeter noch? Äh. Und wo ist meine epische Musik? Die wäre jetzt super. Hey, Lerikan. Warte. Und wo ist das denn? Warte, nein. Oh, Gott. Das Spiel war stets bemüht. Ja, es ist nicht gut gemacht. Ausstellungsdesign. Wände. Warte, das war der Boden. Wände. Boah. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Aber wir haben nur begrenzt Designs. Geil. Nicht gut. Mach das hier. Ah, mach kleiner. Kleiner ist gut. Wir machen dunkel. Das sieht aus wie direkt an den Wänden. Das ist voll gut. Ich mag direkt an den Wänden. Trust me, I'm an interior decorator. Genau. Ich sagte das jetzt schief mir übrigens gerade. Was ist das, was ich jetzt gerade mache? Wände. Äh, Decken. Ah, ja. Mhm. Ah, schön dunkel. Böden. Aha, aha, aha. Nee, ich mach das Holz. Verzierungen. Geil. Ganze. Ja. Ja. Darf ich hinsetzen. Und bestaunen. Darf ich das drehen? Nee, darf ich nicht. Wie kann ich das? Ah. da ist ja pflanze hin schön mit der pflanze kuscheln so ein bild an die wand und hier muss mich jetzt ein bisschen beeilen wir wollen nämlich dann essen hunger und so holster geht die 80er sind zurück stimmt ist eine holzdecke ja so haben wir ist gut zurück nee warte was passiert jetzt wie komme ich denn jetzt hier raus ach hier ausstellungs design platzieren nächste position liegt tot am boden da kommt er ach du scheiße das ist ja okay also wir verstehen das system man kann dann jetzt noch ganz viel doll viel also wobei das passiert vermutlich gar nicht rein weil zu klein gras kannst du dann ach so nee könnte hier muss ich manuell setzen wenn noch platz ist okay ich wasser pflanzen krass und dann hat man natürlich noch den zweiten er passt hier nur halt jetzt so nicht mehr hin aber ich verstehe gar nicht wie ich ihn drehen kann ich muss den doch linker shift taste mal ach so linker shift taste klar was sie das ist jetzt schön der raid und so aber ja ihr kommt zum feierabend quasi weil feierabend weil hunger essen und so essen ist wichtig sonst verhungern menschen ich zum beispiel und sando so pflanzen kannst du jetzt hier noch und so spielprinzip verstanden und wie schließe ich das ab wenn ich ganz rausgehe ah muss morgen arbeiten ne muss ich nicht ich hab die nächsten zwei tage frei weil zu tun dinge dinge zu tun aber guck doch mal wie schön haben wir gemacht ist es nicht herrlich ja auch mit dem bild an der wand das kommt voll gut so und jetzt muss ich euch aber wegschicken sonst wird wird der man äh unleidlich wir wollen essen schon fast halb sechs gehen wir mal zurück zum blauen symbol zu welchem blauen ach da bei der letzte tag meines praktikums großes abenteuer ging zu ende direkt durch mich für den mit dem kerl aber ich war so froh dass es für mich eine chance gab länger im museum zu arbeiten schön ich gehe am nächsten morgen ins museum obwohl der ort von mich nicht neu war wie so speziell im moment anders an das erste mal museumswerkstatt betreten durfte pochen im herzen schwitzen in den händen das ist dann hier in die werkstatt alles klar ja ach guck t-rex ha schön ah wlan macht schlapp das ist ja ohne frechheit so meine lieben aber ich muss jetzt wirklich ne sonst ja essen und so das war alles für ein praktikum ja er hat dann dort auch studiert soweit ich das richtig verstanden habe irgendwie angefangen da zu arbeiten äh und ich schicke euch mal zu Matti rüber Günther hier da ist irgendwie Rimworld Wettbewerb sehe ich da Matti ist ja Rimworld mäßig sowieso stark unterwegs was da meine lieben ich danke euch vielen lieben Dank für den heutigen Tag sechs Stunden haben wir gestreamt Mensch war schön Dankeschön vielen 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 Dank mal schauen wann wir uns die Tage wieder sehen ähm ja oder vielleicht aber das sind schon sechs Stunden das weiß ich noch nicht rechnet mal nicht heute noch mit mir ja schauen wir mal ja schauen wir mal vielen lieben Dank fürs Einschalten ich wünsche euch äh noch einen fantastischen Restsonntag und entspannt euch und so viel Spaß bei Matti und dann ist die Tage bis wahrscheinlich bis bald bye 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 bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.